So und herzlich willkommen zur 133. Folge hier in Horizon 3 heute mit dem GMC Vandura. Ich glaube da heißt es auch im Zusatz G1500. Ja, ist eigentlich eine ziemlich langweilige Gammelkarre, wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber der Wagen ist halt ein wenig bekannter. Und zwar durch den Auftritt in der Serie des A-Team. Werden vielleicht am meisten es mal nicht kennen. Da war das halt dieser schwarze Bus. Die wollen wir mal ein bisschen schneller aufbauen. Weil der ist ja so viel zu langsam. Auch eine süße Motorhaube. Sieht nach einem kleinen Motorhaube aus. Ist aber ein 5,8 Liter großer Motor. Das ist ein richtig dicker V8. Und der sieht, hat sogar hier eine Schiebetür, die man aufmachen kann. Ja, natürlich hier mega viel Platz hier im Van. Ist glaube ich ganz klasse, sogar nur ein Kleintransporter. Aber ist trotzdem genug Platz eigentlich, um Sachen zu verstauen. Aber wir wollen natürlich Leistung haben. Und nicht Sachen verstauen, das ist mir jetzt nämlich egal. Natürlich können wir erstmal bessere Bremsen rein. Der wiegt auch über 2 Tonnen. Ist schon viel. Und alter, okay. Der geht tief. Geht richtig tief. Das ist ja quasi so ein Schaf im Wolfspelz. So, natürlich leichter soll er auch sein. Ist ziemlich schwer. Machen wir komplett? Wir machen mal komplett. Wir werden den glaube ich nicht voll aufbauen. Und muss ich mal gucken, was ich damit mache. Ich habe auf jeden Fall Bock auf einen Kompressor, den reinzuklatschen. Da habe ich richtig Bock drauf. Der Serum Motor bleibt natürlich. Heckertrieb, das lassen wir auch drin. Da wird es auch mal ein Allrad. Na, hoote fuck ist Allrad. Was haben wir hier noch? Oh, die Tuning-Schützen. Ich weiß es nicht genau, wie der Wagen in der Serie aussieht. Ich weiß nur, dass er schwarz war. Und glaube ich auch so eine rote Streifen hatten. Und er da diese Dinger dran hatte, weiß ich nicht. Aber es sieht geil aus. Aber ich konnte es mir vorstellen. Okay, das sieht scheiße aus. Das mache ich mal nicht. Uh, das mache ich auch. Na, der Wagen sieht ziemlich unschleimbar aus. Hat er einen amerikanischen Transporter. Was soll man da so groß sagen? Wir könnten den Motor wechseln. Okay, vor 8 aus dem Mercedes. Vor 10 aus der Viper. Und vor 12 aus dem Avanzador. Natürlich mache ich das nicht rein. Ja, wo lebe ich denn hier? Geht Allrad machen wir auch nicht. Aber gibt einen Kompressor rein. Aha, das gefällt mir doch schon wieder deutlich mehr. Schöner Kompressor. Na, wir sind jetzt schon bei 423 Newtonmeter. Das ist mehr als der Cayman hatte. Glaube ich. Also ungetübt zumindest. Haben 14 Monate nur 139 kW. Das ist nicht viel. Aber für 8,8 Drehmoment, ne? So, dann hätte ich natürlich... Irgendwann andere Felgen. Machen wir aber erstmal breitere Schlappen. Machen wir komplett. Ja, ist ja auch nicht viel. Ich glaube, bessere Reifen brauchen wir gar nicht. Ja, wozu überhaupt? Obwohl, der war vorne ganz schön tief, ne? Sieht auch noch nicht so cool aus. Also wegen der Schürze. Müssen der Wagen überall so tief sein? Ja, der bleibt immer ein wenig Standard. Ich finde der Wagen an sich auch gar nicht mal so hässlich. Also ist schon jetzt nicht kein... Ich finde kein Schönheitspreis, aber auch kein Fiat Montipa. So schön ist es auch nicht. Was stimmen denn für Felgen? Wollen wir den halt verschandeln? Oder wollen wir den normal lassen, ist die Frage? Weil man kann da natürlich richtig Scheißfelgen reinbauen. Bei sowas zum Beispiel. Aber die sehen sogar gar nicht mal so schlecht aus. 15, 52. Passend zum Wagen auch so. Nehmen wir die hier. Vielleicht müssen die größer. 15 Zöller. Ich glaube, mein Wagen hat 16 Zöller. Oder 17. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal nachgucken. Es gehen bis zum 21er. Ich denke mal 19 erreichen. Da können wir die Felgen machen. Ja. Ja, die gehen in Ordnung. Hier war ich glaube ich schon. Geht es an Leistung. Erstmal den Kompass aufbauen. Ist natürlich extrem wichtig. Oder machen von Aufbau. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, so viel geht auch im Motor gar nicht rein. Ich brauche jetzt mal alles rein. Also fast alles. So. Zack. So liegen wir jetzt bei... Alter, wir haben schon... Wir haben nur um die 300 PS. Aber 663 Newtonmeter Drehmoment. What the fuck? Da können wir halt die Leute noch mal relativ viel bringen. Ja. Da können wir der Sache schon mal näher. So. Hubraum. 5,7 Liter ist natürlich viel zu wenig. Deswegen 6,2. Das ist doch schon... Wir haben glaube ich gerade mehr Drehmoment als eine Weiber GTS. Jetzt haben wir 500 PS. Gibt es sogar genau 500, ne? Das ist der Wagen sogar schon C-Klasse. Ne, wir bleiben mal D-Klasse. So. Geht noch die Schwungsschreiber wenigstens. Nein, die geht nicht komplett. Okay, aber auf einen Punkt kann ich auch scheiße, ne? Das ist der Wagen eigentlich fertig soweit. 500 PS. 829 Newtonmeter Drehmoment. Das ist echt mega viel. 1784 Kilo. 54% V-Halbwegen. Frontmotorhiker-Antrieb. Und ein 6,2 Liter großen V8. Ja. Ich würde sagen, das gefällt mir. Natürlich bessere Reifen. Braucht kein Schwein bei 500 PS. Beim alten Van. Wozu? Das ist ja auch ein bisschen durchdrehen. So, ich nehme jetzt eine 18-Markierung. Wird es ja bestimmt welche gegeben. Die ist ja auch nicht so kompliziert. Das Skrubus würde auch gehen. Das ist auch fuck. Nice. Liberty Works. Ja. Ja. Ist klar, mein Freund. Was ist denn das hier? Okay, Rost. Ey. Das sieht aber geil aus. Und das ist kein großer Feinbar Taylor Swift. Aber gut getroffen. Das ist nur für den... Okay, Trump aber natürlich nicht drauf. Arabisch. Ist ja noch keine 18-Lockierung. Was ist denn das hier? Dann suche ich jetzt mal. Dann suche ich jetzt mal. Nein. Nein, zwar nicht. Sondern Team. Wenn er will es ja wohl was geben. Warte, wieso ist da nichts? Wollte ich mich verarschen? Ich suche noch mal. Jetzt mal noch ein Strich da so. Ey. Team. Jetzt, ob er da nichts findet. Ah. Der Strich war wichtig. Die ist, glaube ich, nicht so geil. Das ist nun eine mit 5 Sternen. Weil die sind halt meistens dennoch am detailgetreuesten. Ich glaube, 5... Hier haben wir schon mal 4 Sterne. Okay, der hat vorne richtig tief gelegt. 18-isch, ja. Also ich mag es, wenn der Klöbel vorne auch schwarz ist. Aber die Lackierungen unterscheiden sich doch teilweise ziemlich. Und auf jeden Fall 18. Da war nämlich gelb der Bus. Wer kennt das nicht? Ja, wir nehmen... Wer nehmen wir denn? Das ist ja die Frage. Ich glaube, davor war doch eine ziemlich gut gefallen. Nee, das war nur so ein Ding dran. Nein, das ist nicht lackiert. Deswegen nehmen wir die. Also man kann auf jeden Fall, dass es halt sich im Editionen redet. Das ist jetzt mega am Original. Das kann ich nicht beurteilen. Da ich auch die Serie, glaube ich, nie wirklich geguckt habe. Aber man kennt es ja halt vom Hören. Und diesen Wagen nennen eigentlich auch vom Hören. Mal gucken. Auch innen alles rot, ey. Das ist doch die Kuschmack-Sache. Ich habe jetzt keinen Bock eigentlich auf ein... Jetzt privat auf ein Auto, was eben komplett rot ist. Aber das ist jetzt nur für Vorsatz. Die Felgen, die finde ich noch gar nicht mal so schlecht, ey. Die passen sogar halbwegs zum Wagen. Ja, und das sieht... halt wieder was vom... Nein, A-Team aus. Türen gehen ja auch wunderschön auf. Nee, kann man... Machen wir so. Wird so genommen. Das ist doch gerade nachts hier. Oh, der Fahrrad blubbert. Oh, ich liebe Fahrrad. Einfach dieser alten Ami-Wahrrad. Okay, alt ist halt relativ mit dem Wagen. Und nicht so... Das ist auch kein 69er Masse, ja. Aber so alte Fahrrad-Motoren... Der war da auch schon am Stand so einen geilen Sound. Du kannst einfach nur... Das ist wie so ein Kamin-Tor. Einfach nur davor sitzen... Und genießen. Und genießen. Könnte aber auch gelb wieder Tag werden. Das ist auch geil. So, mal gucken. Das gefällt mir. Meine Dinger passen, glaube ich, auch ganz schön. Warte. Ja, das ist schon mal... Nie schlecht für so einen 18-Bus. Boah, geil. Was müssen wir machen werden? Das ist richtig lang. Okay, es ist noch etwas zu lang. Fast 100 kmh. Das muss ich sein. Na, auf 100 hat er gut. Ja, gut, 6 Sekunden. So, aber den waren auch nicht entscheidend, dass der auf 100 braucht. Jetzt machen wir dem wieder ein 4-Gang-Getriebe. Was ja eigentlich auch reichen sollte. Der Wagen sollte eh nicht so schnell sein. Boah, jetzt hat er gerade 240. Auf jeden Gang nur 240? Oder schaut an sich nicht mehr. Schaut an sich nicht mehr. Warte, ich muss noch die verlegen. Das ist richtig zu vergessen, quasi. Komm. Also, die verlegen uns trotzdem mal halt hoch wie ein Bus, ne? Mit über 20 cm. Ja, das gefällt mir doch schon mal ziemlich gut. Vielleicht doch müssen... Ah, doch ein bisschen zu lang. Barm, Junge. Ist einfach immer wie so ein geiles Gefühl. Gut Handling. Ja. Das ist zu wünschen übrig. Ja, okay. Jetzt hat es gesehen. Aber geht doch ein bisschen schwer. Ein kleines bisschen. Ich sehe gerade nichts. Das ist ja auch gerade ziemlich bescheiden. Ja, was ist drüber? Das muss nicht ganz so lang. So. Vielleicht beide nehmen. So. Sehr gerne gebrauchtbar. Mehr nicht. Ich fahre auch ein Rennen. Vielleicht sogar zwei. Wer weiß. Das ist ja quasi wie geschaffen dafür. Na, na, Hilfe. Okay, bremsen. Gut. Bist ihr auch Bescheid? Alter, der Ding fährt sich auch wie ein Boot. Sieht nicht so aus wie ein Boot. Bremsen. Oh Gott. Okay, mit dem Bremsen hast du... Da bekommt man Angst. Wenn es sehr zu stehen kommt, das dauert ein bisschen. So. Land and Utilities. Das passt soweit. Ach ja, im Regen kommt. Easy. Jetzt soll das schon schief gehen. Wir hätten noch hier kein El Camino. Eine Ule. Ein Transit. Hier, wenn dringen wir bei der Mühle. Immer geil. Gypsy Cyclone. Noch ein paar Holes unten. Subaru Brat. Ja. Träb ich hier den besten Wagen. Mit 500 BS, ey. Elim Scheiß, man. Das wird, glaube ich, lustig. Noch so ein bisschen nasser Straße. Ich freue mich. Wieder Premium Lockierung am Start. Und wieder Transits. So. Wow. Ich bin der Einzige, der keine Transit hat. Gut. Das ist Mobbing. Ja. Will spin. Jetzt geht's langsam. War Gast da vorne. Okay, wir wagen jetzt schnell. Okay. Wir wagen jetzt wirklich ziemlich schnell. Oh. Also, ich brauche es mal früh. Ja, ich habe, glaube ich, etwas verlassen, weil es die anderen. Könnte ich mir vorstellen. So eine Vermutung. Das stimmt wahrscheinlich gar nicht. Das Setting ist auch so gut, ne? Deswegen. Ich glaube, so weit vorne. Aber hier hat die Kurvenlage. Man sieht es. 1a. Kommt an die Kurve. Aber er kann kein Porsche mithalten. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Das ist hier wirklich so weit vorne liegen. Das ist jetzt schon. Na gut. Einfacher Sieg für mich. Komm. Oh. MML. MML. Und die seien. Da oben 18 drauf. Oder habe ich noch nicht gesehen. Hallo. Ja. Der Ausfall ist nicht so. Au. Nein. Das hat nicht ganz gut funktioniert. Er fährt sich immer wirklich abgrundtief scheiße. So heute auch eher wieder so eine Trash-Folge. Wie auch jetzt zum Beispiel mit dem, äh, mit dem Reliant oder so. Eher mit dem Gurka, was wir da gemacht haben. Ist ja nicht genau das gleiche. Das ist aber auch, ob ich auch sonst außerhalb dieser Flug endlich nie im Spiel fahren. Es gibt doch genug Gründe dafür. Fährt sich scheiße. Sieht scheiße aus. Ist langsam. Eigentlich. Wenn der jetzt auf D-Klasse da dominiert er halt. Ich habe keine besseren Reifen. Der wäre wahrscheinlich schon A-Klasse. Aber wir haben auch bessere Reifen, ja? Ich habe noch ein geiles Handling. Tja, hier hochfahren. Fast 200 km an zum Kack-Ban. Also, ne? Wenn so schnell mein, auch hier der Postbruder unterwegs wäre, dann würde der Amazon sich innerhalb von zwei Stunden liefern. Das machen die, glaube ich, sogar auch schon. Wenn der Crew steht. War das nicht mal so? Oder gibt es da nicht irgendwie so ein Beats bei Amazon? Also jetzt nicht Prime, meine ich, sondern irgendwie auch so ein Spezialversand. Der auch natürlich, äh, relativ viel kostet. Wo Lieferungen, glaube ich, auch innerhalb von wenigen Stunden kommen. Oder von zwei Stunden sogar teilweise. in ausgewählten Großstädten. Ja, auch mal cool, ne? Bestellen sie uns zwei Stunden da. Ey, das wäre mega. Aber hier auf dem Dorf bei mir, das wird nichts. Können die auch im Flugzeug fliegen, das wird auch nichts. Das Paket, äh, nur auf Abschmeißen. Dann können wir Falschirm ausstatten. Okay. Wie sie kann man so nah ran, der Freund überhaupt? So. Als ob du hier erster wirst, meinst du? Ja, so. Was war das für Manchester United? Aber kommt die Karte echt so nah ran, weil ich so scheiße gewahne? Ich hab hier sogar nichts dagegen, dass ich scheiße fahr. Es ist mir sowas von scheißegal. Tja, leider ist der Transit letzter geworden. Keiner nix erwarten, ne? Ja. Aber wieso fanden wir überhaupt nur Transit? Ich verstehe es nicht. Es gibt noch locker fünf bis zehn andere Autos in der Kasse. Natürlich müssen alle Transit fahren. Außer ich. 20.000 Körpers, können Sie sich aber sehen lassen. Die nehme ich doch gerne. Ich mach mal her damit. Und boah, ja. Fast 3.000 AP durch Fähigkeiten. Also ja, eigentlich durch keine Fähigkeiten. Die habe ich in diesem Rennen auf jeden Fall nicht gezeigt. Ändere machen wir noch. Aber die sind noch mit anderen Autos. Also, dass ich eine andere Klasse einstelle. Weil das war... Ich fand es ein bisschen langweilig. Wenn jetzt einfach so vorne liegt, denn das hat... Oh! Eva, ich hab die Idee! Wir fahren Rundstrecke. Hihihi. Das ist doch perfekt. Ich mach hier Rundenzeiten-Battle. Mit Vans. Ja, ich weiß, dass ich nicht bescheuert bin. Daran, weil es früher Morgen ist. So, machen wir mal. Oh, ja, das wird lustig. So, auch mal. Und diesmal ein eigener wieder. Aber eine andere Klasse. Wir nehmen... American All-Stars. Isn't every priced cars. Iconic Movie Cars. Ach, na das ist doch. Äh... Drei Ründchen. Das passt soweit. So, Bild müsste, glaube ich, ein Aston Martin DB5 von James Bond sein. Hier haben wir natürlich ein Charger. Ein 5.5 CR. Wo war der denn? Weiß ich nicht. Natürlich, hier kommt aus Fokus. Fakt mal Octavian. Mustang. Coutage. Wo war der? Weiß ich nicht. Okay. Translant weiß ich. Ein Gurka. Fast and Furious, glaube ich. Super. Klar, ne? Na, siehste. Das wird einer irgendwie D-Klasse. Also, in der Fuhrparken nicht. Aber da ist schmalt. Alles was D-Klasse auf jeden Fall. Deswegen passt das schon. Das ist ein geiler GMC, ey. Ich weiß nicht, weil es GMC steht für General Motor Company. Eine Marke von General Motors. Also, sehr kreativer Name. Ne? GM und GMC. Da war der Leute sehr kreativ bei der Namenswahl. So. Wir haben ganz viele Trans-Amps. Wahrscheinlich alle Trans-Amps und ich war in Gurka. Ich tippe es jetzt mal. Ja. Aber es ist nicht noch der Sprinter Turino wieder. Ja, hier der... Das ist, glaube ich, I-86 und noch Toyota Corolla. Ist der nicht noch D-Klasse? Ich glaube schon. Wundervoller Start. Egal, da muss man im A-Team. Gibt auch dazu einige Motorwitze hier. Deine Mutter für den Buss vom A-Team. Ist ja nicht ein Scheißwitz. Aber wollte ich nochmal erwähnen. So. Oh, die Kurve, ey. So was für eine halbisch gute Kurvenlage. Und auch gute Bremsen. Die sollte man auch haben. Okay. Führer Bremsen, Hager. Uiuiui. Uiuiui. Wieder mal mehr Lassen als alle anderen. Und deutlich mehr Leistung. Aber eher als der eine andere. Sie waren es da gleich die Trans-Amps. Eigentlich. Oh, D-Klasse, das scheint ja ganz gut zu sein. Ist halt egal für Leistung. Aber gerade zieht er halt eigentlich alles ab hier soweit. Jetzt nicht noch ein Mercury Coupe auf D-Klasse. Der vielleicht nicht mehr. Oder was hat das hier Dingsmotor? Das vielleicht nicht. Muss von Serienmotor? Geht auch ordentlich was rein. So, dann noch mal zwei. Wieder mal mit leichtem Vorsprung erster. Wird sich, glaube ich, auch bis zum Rennen nicht ändern. Ich glaube, der fährt sich mittlerweile ganz in Ordnung. Ich glaube, der Gruck aber noch schlimmer, oder? Ich glaube schon. Ich meine, die wir haben sowieso. Ist er dann noch schlimmer? Gute Frage. So, hier rum. Oh, nein, nicht zu weit. Wer hat das? Schöne Rechtskurve. Wieder ein bisschen quer geht. Warer braucht er auch gar nicht. Geht auch so. Ja, Mini-Driftier. Im dritten Gang. Bei 4000 Umdrehungen. Fängt er zu driften. Ich glaube nicht. Ich werde mal den Wagen auch die ganzen Wunden einfach mal driften. Das geht wahrscheinlich sogar. Nein, nicht so. Nein. Ey. Das ist aber so träge. Der Baum, der ist so fest im Boden verankert. Schreibt es aber noch einen betoniert. So, hier wieder fast 200 kmh hier drauf. Wir haben sogar 200. Können wir eigentlich alles im dritten Gang fahren hier. Das Rennen. Ziemlich angenehm. Da geht er wieder quer. Da wieder. Also, leicht im Kuchen geht er schon quer. Auch ganz kurz. So. Letzten groben. Ja, links oben. Au. Darf mal eine Zeit langer schalten. Jetzt hier Drift. Ja, Drift ging hier. Wäre jetzt kein Block. Wenn es gelingt am Start. Mit dem GMC von Dubai. Ja. Da war auch wieder ein geiler Drift hat man gesehen. So. Er ist da geworden. Das war jetzt wieder ziemlich einfach. Gegen... Die Trends sind glaube ich sogar getunt, oder? Die sehen getunt aus. So in Zeit wäre es gedacht, es hängt die Beste. Darüber muss ich aber nicht auf die Schulter klopfen, dass ich das gut gemacht habe. Das war eigentlich jetzt keine Kunst. So dann Biologie. So, wieder ein paar Kredite und ein bisschen Geld. Immer noch kein Wilds bin. Das war doch noch mal so lange, ey. Also wenn ihr einen Wagen fahren wollt, der sich geil fahren lässt, der geil aussieht. Und... Ja, das war's. Der nimmt diesen Wagen nicht. Was steht denn da oben drauf? Steht da? Ihr müsst euch mal kurz gucken. Ich gehe mal in den Fotomodus. Äh. Was? 1500 BHP? Was soll da stehen? Ich glaube 1500. Das soll glaube ich kein 8, sondern ein B sein. Und BHP. Das ist glaube ich Brake Horse Power. Das ist auch eine Einheit für Leistung. Vielleicht mit dem Amateur-Motor. Das kann sein, dass er da so viel BHP hat. Aber das macht man natürlich nicht. Weil ich brauche da keinen Lampemotor rein. Das macht man nicht. Das sind solche Lütte gehören geschlagen. Und zwar alle ausnahmelos. Aber dann, danke fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns auch hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Mit einem wieder schönen... Auch einem wirklich besseren Auto. Das werde ich schon mal sagen. Ich glaube, viel schlechter geht auch gar nicht. Das ist schon ziemlich weit unten. Das ist schon... Vom Niveau. Das ist nicht mehr... Nicht mehr meins. Aber ist das noch weiter unten? Dann bis zum nächsten Mal und... Tschüss!